hi leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von vogt erklärt technik ich habe wieder mit dem simon kontakt aufgenommen weil ich habe da was gesehen vielleicht hat es auch schon gesehen ein neues video und zwar von der neuen mdb funk raupe und zwar der 500 pro richtig geiles teil und ich muss unbedingt wissen was sich da so getan hat ich habe ja ungefähr jetzt vor einem jahr die 600er gekauft bin top zufrieden geile maschine aber die ich glaube das ist so der kleine starke bruder die jetzt richtig drauf kommt man mit simon wartet schon simon moin tobi moin hallo danke dass ich hier sein darf da irgendwas hinter dieser tür glaube ich was man so richtig spannend ist oder ja wir hatten ja kurz telefoniert du hast ja gesagt du hast das video gesehen von der lv 500 pro ein highlight aus meinen augen hat sich viel getan ich denke wir haben in vielen bereichen eine schippe aufgelegt und ich würde sagen wir gehen mal rein gucken uns das an sehr sehr gerne ich bin total gespannt alles klar kommt simon ich muss sagen als ich auf eure homepage war und das video angeklickt habe von der neuen lv 500 pro da habe ich diese scheinwerfer so angestrahlt das ist schon so ein böser blick hier hat man ja so das flugzeug was landet rund aber hier led richtig aggressive front das macht schon mal was her auf der anderen seite muss man sagen hier geht es eigentlich um technik und ich glaube da hat sich echt was getan fahrwerk das ist echt noch mal eine ecke stärker auf jeden fall also technik sollte im vordergrund stehen aber optisch ganz klar ein highlight also ich finde auch gegenüber der alten raupe hat die noch mal eine richtige schippe draufgelegt sieht sehr zornig aus und man sieht ihr an dass sie wirklich will aber ja auch auf technischer seite hat sich sehr viel getan sie muss ja auch du sagst gerade sie will aber letztendlich muss sie richtig schackern keine ahnung was kannst du mir zum fahrwerk zum beispiel sagen also fahrwerk hat sich gegenüber dem alten eine ganze masse getan durch das quadratrohr haben wir alleine immer dreck ablagerung obendrauf das ist nicht schlimm aber es ist immer so dass natürlich beim ein- und ausfahren vom fahrwerk so leichter staubfilm immer schon mal mit ins gehäuse gezogen werden kann deswegen ja auch wie ich dir damals gesagt hat immer schön abschmieren dass man da dass das ganze gut gängig bleibt und da haben wir hier natürlich ganz andere möglichkeiten wir haben jetzt hier ein rundes rohr und durch das runde rohr das können wir passgenau abdrehen und das ist wirklich hundertprozentig passt das und hier drin ist jetzt noch mal sowohl eine lagerung von dem rohr als auch ein dreck abstreifring und dadurch wird wirklich das ganze material was du weißt wenn du mit dem forstmulcher unterwegs sind bis das alles mögliche an erde immer wieder vor das rohr geschleudert wird logischerweise und das wird abgestreift und das rohr ist blitzblank das ist das ist für mich ein ganz ganz wichtiges argument weil ich wirklich sagen muss dass die reinigung für mich im alltag ein ganz ganz wichtiges thema ist also was würdest du sagen wie sieht es grundsätzlich mit der reinigung aus ist das leicht ist das handelbar nein also wie du sagst ganz wichtig ist die tägliche reinigung der maschine klappen am besten einmal die haube auf das war mal eben ins herzstück gucken können genau also wichtig ist die maschine muss übersichtlich sein das war die alte auch schon ja aber du kannst hier durch gucken und du kannst quasi bis unten auf die bodenwanne sehen es ist natürlich wichtig die bodenwanne muss geschlossen sein dass von unten du weißt selber man ist mit dem forstmulcher unterwegs überall stehen mal holzpinne hoch die soll natürlich die maschine nicht beschädigen aber entscheidend ist dass natürlich der dreck der sich logischerweise in der maschine durch staub etc sammelt auch wieder raus kann so da haben wir einmal die möglichkeit unten mit wenigen schrauben einmal die platte zu lösen und dann fällt alles nach unten raus was ich aber auch immer empfehle ist gar nicht so sehr dieses viele gewaschen mit dem hochdruckreiniger weil man oft erde von rechts nach links schwemmt sondern täglich nach der arbeit einmal sauber auspusten ja aber es hat sich noch einiges getan ich denke mal ein ganz relevanter punkt ist vorne unsere seitenverschiebung bisher hatten wir immer die 400 mm hydraulisch 400 mechanisch da haben wir überall eine schippe drauf gelegt wir haben jetzt 500 mm was natürlich gerade ja wenn man irgendwo an seitenrändern arbeitet an flussufern bringt einen das noch mal noch mal weiter das ganze ist noch mal deutlich robuster geworden wie du siehst und was auch sofort ins auge fällt ist das dritte zusatzsteuergerät wir haben jetzt nicht noch zwei sondern wir haben drei zusatzsteuergeräte und die voll proportional ansteuerbar auf unserer funkanlage und ich denke mal das ist auch noch mal ein ordentlicher punkt welche welche anbaugeräte da habe ich jetzt noch auf den wunschzettel schreiben was was braucht wirklich diese zusatz hydraulik also du kannst beispielsweise den tiffamec auslegemulcher wurde wirklich noch mal drei meter weit von der maschine weg arbeiten kannst können wir so anschließen ein erdbohrer überall wo man mehr hydraulische funktionen parallel nutzen möchte sonst natürlich ich denke mal das allerwichtigste an der maschine oder warum sie überhaupt jetzt hier so steht wie sie steht ist die abgasstufe stage 5 ok da war es natürlich bei der alten die abgasstufen sind ausgelaufen da musste was getan werden heute ja haben wir jetzt ein stage 5 motor aber was schön ist für alle die die schon 11 500 fahren bisher es hat sich nicht viel getan wir haben weiterhin janma motor ok sehr sehr durchzugsstark wie er bekannt ist janma motoren an sich stehen eigentlich für sehr zuverlässigen motor ich denke das kann jeder bestätigen der da mit erfahrung hat er läuft also ganz kurz die frage wenn ich jetzt wirklich mal überlege so eine mdb ist für mich schon wirklich ein relevantes gerät eine relevante maschine die kann ich mir gut vorstellen vielleicht wenn ich zum beispiel in der kommunaltechnik unterwegs bin wann wird es interessant dass man da auch darauf achtet dass es eine stage 5 ist glaubst du dass es da irgendwann vielleicht auch restriktionen seitens der politik gibt dass man nur noch stage 5 fahren darf oder ist das deiner meinung erstmal so noch weit weg ob man fahren darf weiß ich gar nicht so sehr aber ich bin mir sehr sehr sicher weil es auch schon im forstbereich ist damals hatten wir darüber gesprochen ist es wichtig bioöl zu fahren oder normales öl in vielen ausschreibungen wie du weißt steht ganz klar drin auftrag wird vergeben xy fläche vorgabe ist der dienstleister muss mit bioöl fahren und die vorgabe wird relativ bald vermutlich auch kommen bezüglich stage 5 das ist einfach wenn von kommunen oder aus städtischer hand was ausgeschrieben wird dass das grundvoraussetzung ist um diesen auftrag annehmen zu können und dann wird sehr wohl relevant es ist natürlich mehr technik in der maschine wir haben ganz viele kunden die sind natürlich auch froh darum dass sie noch sozusagen die alte maschine haben da ist viel weniger technik dran ganz robust aber auch hier haben wir bisher nur gute erfahrungen gesammelt es ist einfach zwingend erforderlich also wir haben keine andere wahl die motoren müssen in die maschinen rein und ja aber das ist so ein punkt wo ich denken werde dass das irgendwann selbstverständlich sein glaube aber hinten hat sich auch noch was getan an der maschine genau also ja wenn wir mal kurz um die maschine gehen das kühlpaket wurde genauso überarbeitet ja man sieht von der kühlfläche wurde noch mal deutlich eine schippe draufgelegt wenn wir das aufmachen ich weiß ja du erfreust dich immer sehr an lichtern da haben wir auch noch mal zwei leds du ärgert mich schon wieder die sehen schön aus und nein aber wichtig ist der kühler an sich der kühler ist noch mal größer geworden gerade von der von der fläche hinten wie bekannt er reversiert alle sechs minuten was allerdings ja der größere kühler hat auch damit zu tun wir haben hier auch noch mal hydraulisch zugelegt okay also wir haben 65 liter bei 300 bar da haben wir also 50 bar noch mal mehr hydraulischen druck was gerade im bereich forst mulcher etc dann noch mal so dass die tüpfel hier draufsetzt ja also alles in allem kann man sagen motor neu wir haben mehr zusatzsteuergeräte wir haben neu überarbeitetes fahrwerk wir haben mehr seitenverschiebung zusätzlich haben wir noch diese 50 bar mehr druck alles punkte für mehr leistung und ja als i tüpfelchen würde ich sagen das gute design lv 500 war bisher immer unsere meistverkaufte maschine wird es auch hoffentlich so bleiben weil sie einfach alles kann wir können forst mulcher fahren vielleicht nicht ganz so zügig wie du mit deiner 600 haben aber alle möglichkeiten bei der maschine und durch diese ganzen ja ich sag mal weiter verbesserung optimierung wird sie halt noch attraktiver in zukunft weißt du was ich freue mich jetzt schon auf das nächste mal wenn wir uns sehen ich glaube du hast da wieder interessante sachen alles was so mit schnägel mulch zu tun hat das würde mich interessieren muss ich eigentlich sagen da könnte es sein dass ich da vielleicht bald mal bedarf habe deswegen ich rufe dich an alles klar spreche doch nochmal mit meiner frau und sehr gerne bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ja und auch für euch wir sehen uns beim nächsten mal bei vogt erklärt technik haut rein